Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem Video hier auf Zumba. Und zwar wollen wir jetzt unseren eigenen Arctis Live Server machen, auf dem anderen Beton Minus ist etwas schief gegangen. Also wir machen jetzt einen neuen, da bin ich. Jens von JFLP, Flo von JFLP, Max von JFLP, also JFLP halt. Dead Key, No Limit, ja, Admin, sag ich mal. Und wir wollen es im amerikanischen Stil machen. Polizei-amerikanisch haben wir schon. Wir brauchen Notarzt-amerikanisch und, ja, halt amerikanische Skins und wenn es geht, ein paar Real-Life-Skins. Also, was heißt Real-Life, die jetzt nicht so scheiße aussehen wie, keine Ahnung, ein Heisenberg-Skin oder weiß ich nicht, oder Batman. Also schon was auch normal auf der Straße rumfährt. Ja, ich hoffe, einer kann uns da helfen und ich will mich über eine Antwort in den Kommentaren freuen. Haut rein, Freunde. Ciao.